Nur die Einheimischen kennen sich hier aus. Und es gibt nur einen Weg zur letzten Schlacht. Heißt so viel wie Verirrung. Ja. Kleine Dämonen. Ja. Noch ein kleiner Dämon. Jeva Walks Lair, Cave of the Oracle. Ich glaube, wir werden Spaß haben. Meinst du? Nein. Das hebe ich mir mal auf. Mittig ist, glaube ich, der Jabberwockstab oder wie das Ding hieß. Ja, ein Teil davon. Denn, soweit ich mich erinnere, müssen wir mehrere Teile davon finden. Oh, fantastisch. Und ich glaube, von hier komme ich da gar nicht vor. Vielleicht von hier? Ja. Hört auf, auf mich zu schießen, die Arschlöcher. Der Augenstab des Jabberwocky ist extrem mächtig. Seine Einzelteile allerdings sind wertloser als eine tote Mücke. Ja. Der König so runter. Wir müssen Teile sammeln. Wäre ja auch sonst zu einfach. Was ist das denn? Ist das Batman? Sieht gespenstisch aus. Wer ist das denn? Das ist so ein Lava-Vieh. Die gehen immer in diese Lava rein und brennen und aua und ja. Okay. Das machen die, weil... Weil sie es können. Verstehe. Ich nehme mal den Eisstab. Oh ja. Kommt hier auch so ein Vieh raus? Ja, da müssen wir rein. Ich muss jetzt gerade nicht. Das zieht ganz schön viel Energie. Aber es gibt auch viel. Was gibt es denn hier? Pale Reel und Majestic Maze. Naja, aber es hat ja da vorne hingezeigt. Also, ich sage, gehen wir da zuerst hin. Denk ich, was war das denn? Ich glaube, der hat Feuer nach mir geworfen. Ja. Hallo. Wow. Das kann er auch. Fuck. Ich glaube, das ist nicht so gut, diese Waffe. Karten? Ja, ich glaube, die Karten sind wesentlich besser. Ja. Was waren das für Leuchtezeug an den Rändern? Leuchtezeug? Äh, Leben und blaue Energie. Die können wir jetzt gerade brauchen. Darauf wollte ich hinaus. Die sind irgendwie einfach. Oh nein, diese doofen Geister. Ich schrei dich an. Ja, die gingen mir von Anfang an total auf den Keks. Spielkarten. jungs wie geht es euch ja ich denke auch ihr könnt mich mal ihr könnt mich mal ach stell dich nicht so an Nee, der folgt uns nicht. Nee. Wer bist du? Zu zerstören der Bosheit verderbten Palast, Alice nimmt von uns die schreckliche Last. Erst wenn du ihren Wächter, den bösen Jabbarwocki, ausgeschaltet hast, kannst du die Königin herausfordern. Und nur, wenn du seine Gefährten erledigst, ist der Kampf gegen ihn kein blanker Selbstmord. Sondern bunter. Sondern nur fast Selbstmord. Einen Teil des Augenstabs habe ich. Wo sind die anderen? In alle Winde verstreut. Hast du sie alle? So ist ein Schachmatt möglich. Das weiße Königsbaum könnte dir nutzen. Hm. Okay. Unspielungen auf Schach sind ja ganz nett. Aber es gefällt mir nicht, dass du mehr von meiner Mission weißt als ich. Okay. Das Schachland. Oh ja, das Schachland ist total toll. Ich erinnere mich dran. Es war eine ganze Menge Gehüpfel. Okay, da oben kommen wir also so oder so nicht hin. Naja, warum soll ich doch ins Oralpapier gehen? Doofe Mistflächer. Das brauchen wir alles gar nicht, das ganze Leben. Geht's hier weiter oder nicht? Ich glaube nicht. Okay, einfach zurücklatschen, hm? Zu den anderen Gängen. Da ich ja gerne mit technischem und unnützem Wissen um mich schmeiße. Huch? Geh hin. Okay. Alice lief seiner Zeit auf der Quake 3 Engine, auf der seiner Zeit eigentlich so ziemlich alle Ego-Shooter und 3D-Spiele liefen. Aber ich finde, da Leute, dann geht ihr denen einiges bitte. Kann man sich geben. Lalala. Da gab's dieses Buch von Habe Kehrgelink, das ich gerade... Der Titel davon geistert mir irgendwie durch den Hintergrund als Ratschlag. Nämlich? Ich bin ja mal weg. Ja. Allerdings. Ich bin mal sowas von weg. Ins Schachland müssen wir. Ist das hier? Ja, ich denke. Gehen wir mal so der Reihe nach. Komm schon, stirb schneller. Aber wenigstens stirbt er sehr leidenschaftlich. Und da kommen wir ins Schachland. Boing, boing, boing. Oh, die machen so niedliche Geräusche. So runterfallen sollten wir hier aber, denke ich, nicht. Der, glaube ich, nicht so gut. Nee. Du kennst die Züge. Also spiel mit den Weißen. Sie sind zuerst dran. So viel Ordnung inmitten des Chaos verwirrt mich. Die Regelmäßigkeit des Schachbretts verschleiert die Gefährlichkeit, die es birgt. Ja. Ich sag ja, die sind knuffig. Ist hier noch mehr Energie? Nee, aber noch einer, der uns Energie geben kann. Ey! Oder neben... Nicht da oben hin. Da komme ich doch nicht dran. Na toll. Aber ich glaube, ich habe sie gekriegt. Du kannst dein Messer nach denen da schmeißen. Wenn du Energie sparen willst. Wenn sie treffen würde. Ich weiß nicht, ob ich da irgendwie hin muss. Versuch's. Das war gemein. Oh, cool. Hi. Da geht's immer noch runter. Mhm. Erstmal mache ich den hier fertig. Ja. Geh kaputt. So, gibt's hier irgendwas? Mein Gott, wie verwinkelt. Mhm. Der Level Designer war da mit Sicherheit auch gerade besoffen. Aber ich glaube, da soll ich gar nicht lang. Mhm. So durcheinander ist das Spiel, glaube ich, auch nicht. Die sind ganz schön hartnäckig. Und die Blödmänner da oben auch. Na toll. So motiviert. Geh kaputt. Und du auch. Oh nein. Oh, ich wollte jetzt speichern. Genau jetzt wollte ich speichern. Oh je, wo sind wir denn dann? Oh nein. Nur die Einheimischen kennen sich hier aus. Okay, dann spiele ich erst mal bis dahin weiter. Bis dann.